guten tag guten tag hallo hallo ich bin ganz schön safety ja eine neue erung schaffen einerseits ja war günstig war im traktor brutter gesetzt vor cd brauchst du sowieso andauernd diese komischen dinge aber ja jeder ist ja auf safety 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 du brauchst gelb du brauchst orange du musst leuchten am besten am besten ist du bist du irgend so ein zeug wo man von innen leuchtet aber auch noch die augen werden aufmachen und alles leuchtet aber gut wenn sie das denn so haben wollen dann bekommen sie es so da habe ich gleich ich bin jetzt hier in ballguni bei einem flying jahre so sieht das hier aus parkplätze sind noch genügend vorhanden steht auch ein schickes auto neben mir jawohl der hat auch eine schöne ladung die kann man sich angucken braucht man hat keine geheimnisse so ist so greift ja ich stehe jetzt hier und warte auf morgen von hier aus sind 23 kilometer morgen früh nach regina saskatchewan zum abladen ja und dann geht mit an sicherheit grenzen der wahrscheinlichkeit leerzeug nach winnipeg und dann machen wir mal pause werden wir noch zu tun dadurch dass wir ja aus dem haus raus sind gibt viel zu tun müssen die ganzen adressen ändern bei den ganzen zuständigen stellenbehörden und blablabla führerschein haben wir schon hinter uns bank auch allerdings nur privat weil für business muss ich jetzt wieder habe ich erst wieder einen termin er ist am mittwoch ja und dann wenn wir das alles soweit haben denn am mittwoch werden wir in ein apartment ziehen bis zum ende des jahres bevor es denn nach deutschland geht ja und dann schauen wir mal wie es weitergeht haben wir uns noch nicht ganz so entschieden jetzt wissen wir erst mal nur dass wir ende des jahres erst mal nach deutschland fliegen was war ja schon lange nicht mehr also von mir schon sowieso gabi war ja noch mal da aber ich nicht ja und dann wird gabi da ein bisschen länger bleiben weil kinder viele enkelkinder blablabla ich musste ja wieder zurück nach zwei zweieinhalb wochen weil da muss ich kann nur bezahlen wo ist das geplant was soll denn daraus machen wird sich zeigen ja weil das weitere wird sich denn wie gesagt wenn wir denn so nach und nach stückchen weise bekannt geben wenn wir selber wissen im moment ist ja ein bisschen schwierig naja das weiß man hier von hier möchte noch so ein penner blinken da mein kopfhörer masken haben wir auch ja man kann ja nie wissen und hier steht auch noch aber man kann sich lesen wie viel bordspannung wir haben 12,6 volt das reicht jetzt erstmal nicht weiter zu berichten ja morgen früh geht's weiter gute nacht hallo alle miteinander hallo alle miteinander fronki ist auf dem weg nach nebraska in die absolut letzte abgelegene ecke die sie finden konnten für mich gut auch das muss mal sein muss es eigentlich nicht aber naja was bleibt mir denn übrig ne so jetzt stehe ich hier auf einer restauration und ich habe ein paar minuten meine augen zu mir machen und wir sehen wir uns mal kurz hier umgucken ich weiß gar nicht ob wir hier schon mal waren keine ahnung wenn wir mal einen kurzen rundgang machen und dann schauen wir mal ob sie was zu sehen gibt so sieht sie aus aber ich glaube das ist nicht alles hier hinter dem auto stehen ein paar leute und fotografieren irgendwas und weil ich ja von hause aus machen schön neugierig bin gucken wir mal was die da machen oh 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 ist es großartig her okay hast du schon einmal richtig müde geben Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. die ist ganz schön groß die dame und wie ich das gerade sehe dann hinter der dame noch einen schönen überblick über die gesamte area ja ja doch ich glaube ich war schon mal das ist aber schon ganz schön lange her das ist ganz schön lange her das ist ganz schön lange her ja 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 nadal ja 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 also hier kann man ja noch richtig spazieren gehen für kacke zeit ab ich muss heute nacht nämlich ein ganz schöner stück fahren ich hab's in meiner fahrzeit nicht mal bis dahin und morgen früh um sieben abladen also eigentlich na gut deswegen kann man trotzdem mal einen blick riskieren hier ja super schön da fahren wir uns auch gleich lang in diese richtung das ist der mittel noch mal und wie es aussieht wohnt sie da drüben seinen hund darf man hier laufen lassen so jetzt noch mal kurz rein in das häuschen und dann aber los so ein interessanter platz hier so so jetzt sind wir auf der straße da oben steht die dame jetzt fahren wir hier runter und über den link kommt die dame ja ja und dann jetzt da hinten das grüne den berg hoch und dann kommt erstmal wieder nix übrigens ist das hier genau die strecke die man fährt in die black hills die saustakotas wahrzeichen die euren präsidenten einnehmen da ist ich gehe mal hier oh yippie ae mit cowboy feeling ich bin ruhe angeln kann man auch hier aber es sieht aus als wenn der wenig wasser hätte hier ich bin schon zurückgegangen und dann werde ich mich so jetzt bin ich auf dem rückweg auch das leer jetzt geht es zurück nach saustakota da werde ich laden und das ganze dann halt mir in alberta bringen das ist der plan ja noch ist in nebraska ja sehr überschaulich ne überschaubar so heißt das das einzige was es hier drin na jetzt hier nicht im moment aber da gibt es ja nicht das sind wieder welche los Susan lass ich da hochkomme ja nix vielleicht wenn wir zurück in der minibank wir sind ja mit Suri da ja 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 wir fahren mal noch zusammen da hoch und gucken mal wie es dahinter aussieht wird doch nicht anders sein wie hier aber ich war ja auch noch nicht das ist eine leise ja ich bin ja die Jetzt stecke ich mich fest. Immer noch nicht. Was ist denn so weit? Wie sieht es aus? Hier wird es tatsächlich mal irgendwie geschneit. Hier liegt noch was rum, wenn ich weiß. Sicher nicht vom letzten Jahr. Nein, sauer. Das ist genau so. Okay. Falls es mal gibt, muss ich auch nehmen. Schnee sagt Bescheid. So, da bin ich wieder. Auch hier liegt Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Es sind draußen 23 Grad plus Celsius. Aber es liegt Schnee. Der ist wie immer sehr hartnäckig. Naja, der fühlt sich ja nicht lange allein. Es gibt ja bald neun. Da haben wir ja schon Oktober. Ja, der hat ja gerade in bestimmte Ecken gepustet. Hm. Interessant. So, ich bin jetzt hier auf der 90 Richtung Westen. Also, ich muss jetzt noch 24 Kilometer. Dann geht es wieder ab auf den Highway. Und insgesamt sind es noch 57 Kilometer bis zu meinem Kunden, am bekladen soll. Und da würde ich vorschlagen und anregen, dass ich mich von da wieder melde. Mal gucken, was das für ein nettes Unternehmen ist. Ach so, kickt mal hin an. Da essen jetzt die Rinder, essen Schnee. Auch nicht schlecht. Na ja, man muss ja mal probieren, was das so ist, ne? Okay, bis dann. Ich habe es ja beinahe schon befürchtet, dass sowas auf mich zukommt. Da, in das dunkle Loch soll ich rückwärts Rind fahren. Na denn, viel Spaß dabei, Frank. Ich bin jetzt in Kanada. Ich rase auf Calgary zu. Mh. Schöne Sonnenunternehmen. Mh. Schöne Sonnenunternehmen. Mh. Morgen 10.30 Uhr in Edmonton abladen. Denn, ja, hoffe ich mal, dass es ordentlich was gibt. Auf direkten Weg nach Winnipeg. Mh. Mh. da zu erzählen gibt es leider, also... Nee, gibt nix zu erzählen, weil es passiert nix. Langweilig, ich weiß, aber was soll ich machen? Kann man ja nicht reinfallen lassen. Da hinten sind da übrigens die Berge. Wo der Sonnenunternehmen ist, da sind die Rocky Mountains. Ja, da fängt der Herdkram an. Und dann weiter Richtung Westen Richtung BC wo es denn für manche leute richtig schön für andere ich die unangenehm wird so wie mich ich mag das zeug nicht mal durchfahren für urlaub okay aber zum arbeiten ist das nix ja ich habe mir jetzt soll ich war noch ein kräger hier vorbei dahinter kommt so ein petro canada truck stop da werde ich denn mal stehen bleiben weil da kriegt man zu essen und morgen früh ist ante beurtens für den kaffee man muss ja sehen wo man bleibt ja sonst gibt es nicht viel zu sagen ach doch dass ich eben über die grenze gefahren bin war ich doch verwundert sagen was man so verwundert weil die amerikaner die us bürger dürfen ja ja wenn sie voll geimpft sind mittlerweile nach kanada einreisen seit letzten monat und da habe ich doch gesehen dass die dort wenn sie einreisen nach kanada direkt hinter der grenzbefestigung zum kurve 19 test müssen im auto sitzen werden sie leider ab wie fertig komisch wenn ich nach manitoba rüberfahre da ist das nicht also macht auch in der hinsicht wieder jeder seinen eigenen kram in alberta wird die testet in manitoba wird nicht getestet wie die bei den anderen ist keine ahnung ja und da dann bis später dann bis später dann bis später dann bis später